hallo freunde die crew hat mich heute im stich gelassen keiner zu sehen also bin ich heute alleine unterwegs und schieße gerade wieder nach brandenburg rin komme gerade aus berlin war ein bisschen shoppen und auf dem weg zum los place ist ja klar aber ich habe unterwegs noch einen anderen gesehen wieder so ein zufallsding das werden wir uns mal noch angucken vorher und bei dem anderen weiß ich noch nicht ob das alles so klappt das wird man erst noch sehen aber schauen wir mal ob das denn nicht doch was wird wir sehen uns später wieder so leute ich bin am spot angekommen und dann gucken wir uns das jetzt mal hier alles an gemeinsam würde ich sagen naja sieht ja schon sehr verlassen aus nicht schlecht mal gucken auf jeden fall sehr verwildert da wollte man schon mal einbrechen das ist nicht passend und ist er offen? nee ich ich so die sonne kommt ja auch ein bisschen jetzt aus leider auch nicht so schlecht das ganze dach ist aber auch wieder nur kaputt da jetzt gehen wirARA und die kommen dann noch auf jeden, genau naja die kommen jetzt mal hinten irgendwo hin naja wie kommt man zum anderen hier vielleicht sehen wie schön ist die Leute ich hoffe wir kommen irgendwo machen Oh, ich bin da ja nicht so sicher. Oh, jetzt schon gekneit. Da ist schon eingestürzt. Oh, ich bin da ja nicht so sicher. Guckt mal Leute, jetzt sieht es so aus, als ob ich nicht mehr den Weg ist, zu der Halle, die wir gerade hier sehen haben, wo ich durch die kaputt gemachte Wand gehen. Und dann gucken wir mal da in die Halle rein. Ja, ich will mich mal kurz durch die Drogue zwingen. So klein ist das ja nicht. Guckt mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, da bin ich wieder. Da ist ja hier diese Halle. Dann ist sie leider auch nicht so ab vom Schuss. Sie kann ja nicht so laut ringen. Und so oben sind eigentlich Grundstücke. Aber hier sind alle betreten einfach. Das sieht man hier. Ja, hier sieht man schon mal nichts. Oh, gut. Da ist ja eigentlich nur diese hier drin. Aber hier können wir die Kamera drin haben. Ah ja. Okay. Wasser, dass hier mal kaputt ist. Das sind jetzt aber auch nichts weiter. Feuer und Rauchen ist verboten. Okay. Ich würde sagen, macht euch erstmal alle die Zähre daran. Ja. Ich habe es euch erlaubt. Ja, gucken wir uns mal da weiter um. Ja. 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 Das ist aber auch der schon wieder. Kürt. Ja. Ja. Irgendeine Halle. Na gut. Guck mal Freunde, ich habe noch ein schönes Brot gefunden. Ich weiß nicht ob das noch aufgehend ist. Aber das Wetter spielt ja echt mit. Kaum kommt beim Spot an. Da ist die Sonne draußen. Guck mal, schönes Wetter jetzt auf einmal. Guck mal, noch so ein schönes Gebäude. Da die Gebäude. Ach, das ist alles so nah an der Straße. Da muss man natürlich mal gucken. Ist ja klar. Hier steht ja ein Bauzaun. Na gut, der hält uns ja noch nicht auf. Aber jetzt muss ich erstmal gucken. Und ob ich in das Haus eingehen kann. Hm. Guck mal hier. Alles schön nicht los. Das sieht auch relativ leer aus. Na ja. Schauen wir mal. Leute, ich werde jetzt aber auch abbrechen das Video. Gerade hier sehen, in der Innenhalle steht ja noch ein neu zugelassenes Auto. Und ich habe keine Ahnung, ob sich hier noch ein auffällt. Das sieht ja erstmal nicht so aus. Aber ich habe gerade so einen neuen Jeep gefunden. Der ist auf jeden Fall nicht alt. Und dann wäre ich mich lieber zurückziehen. Hm. Schade. Hier ist einfach auch endlich. Hier ist eigentlich aber auch alles abgeschlossen. Schade. Ich habe gerne ein bisschen was angeguckt. Das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu heiß, nachdem ich das Auto gefunden habe. Leute, wahrscheinlich wartet dann für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Hinter mir noch so ein schöner Gebäude. Keine Ahnung, was das noch war. Zum einen Eindruck zu fädeln. Dann haben wir hier noch, das soll mal eine alte Bahnbrücke gewesen sein. Ein bisschen Wasser. Dann nehmen wir auch noch die Gleise. Dann nehmen wir auch noch die Gleise. - Vielen Dank.